So, Ignaz, zeig mir deine Ware. Naha, vergessen. Da bin ich durch die halbe Welt gereist. Fingers ist ein paar hundert Meter weiter. Und der Ignaz, danke, Gor, der hat Vergessenspruchrollen. Und gar nicht mal so unwenige. Und die kosten 100. Ich habe nur noch 28 Gold. Na, das kann ja spannend werden. Hören Sie mal. Hören Sie mal.